Hey, wir sind Chris und Patrick von den We Are Nerds. Zurück aus der Weihnachtspause oder Winterpause, um das jetzt nicht religiös angehaucht zu machen. Was denn? Findest du nicht? Kann man sagen, oder? Kann man sagen, Winterpause. Unser letztes Spiel war Fisherman's Tale, was wir gespielt haben. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, so lange ist das her. Ich mich auch nicht. Aber das war so geil, dass ich mich doch noch ein bisschen dran erinnern kann. Fernab davon, ich habe natürlich die Zeit genutzt, um viel zu recherchieren und viel anzuschauen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem, was so in den letzten Wochen rauskam. Aber es hat natürlich Gründe. Und zwar sind die Gründe zum einen, dass über die Feiertage einfach überall Sales sind und da werden jetzt nicht unbedingt neue Spiele rausgeballert. Und zum anderen haben natürlich alle Firmen auf die CES gewartet, die jetzt gerade stattfindet. Unser Philipp ist auch da. Er ruft ständig mal an und gibt irgendwelche Informationen durch. Aber er ist leider noch nicht hier. Vielleicht hören wir das nochmal nach, dass wir mit ihm auch nochmal einen Talk hier machen. Aber solange machen wir Kasper Köpfe hier einfach ein bisschen uns über die Themen her, die so aufgetaucht sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem größten Themenblock an. Das ist nämlich die YV-Focus. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Das war falsch. Obwohl, da gab es auch was Neues, nämlich die Controller-Bonnens nochmal vorgeführt. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Es geht uns viel mehr um die YV-Cosmos. Genau. Man konnte erst denken oder hätte denken können, es soll die Fokus verdrängen. Ist aber nicht so. Dazu kommen wir gleich, denn ich will auch die nächste Sache ankündigen. Was willst du denn jetzt von mir? Danach, warte, warte. Denn es gibt auch noch eine neue Vive, nämlich die Vive Pro Eye. Ja, das können wir kurz abhaken. So, nein. Erst zur Cosmos und dann zur Vive Pro Eye. Das will ich jetzt so. Ich dachte, andersrum hast du das doch gerade. Nein, ich wollte nur den Themenausblick geben, damit die Leute schon gespannt sind auf das, was danach kommt. Okay. Cosmos, Trailer, irreführend. Drei Worte. Die reichen, glaube ich. Also der Trailer, jeder hat damit gerechnet, weil Vive ja relativ wenig durchsickern lassen hat, so was, was diese Brille angeht. Sie hat sie vorgestellt quasi, sie wird kommen. Ja. Man hat keinerlei Kabel oder sowas gesehen. Man hat gedacht, oh, also ich habe gedacht, so okay, dann ist der Fokus jetzt quasi so ein bisschen, vielleicht ist es daraus entstanden. Vielleicht ist es dann jetzt das Projekt. Fokus ist jetzt Cosmos, ein bisschen anders designt, ein bisschen schöner. Also optisch finde ich die echt schön, die Cosmos. Und dann kam der Nachtrag so, ey Leute, nee, die hat zwar Inside-Out-Tracking, das heißt keine Lighthouses, keine zusätzlichen Installationen, aber sie brauchen Kabel. Also es ist immer, es ist keine Standalone-Brille. Ja, ich glaube, das Verwirrende daran war jetzt auch gar nicht nur der Trailer, sondern halt auch die fehlenden Informationen dazu. Genau, also es kam ja überhaupt nichts durch. Ja, weil um das ein bisschen, um mal HTC da so ein bisschen zu verteidigen, es gibt natürlich auch bei der Rift und so, wirst du auch kaum Produktbilder finden, wo jetzt ein Kabel hinten raushängt. Das hat natürlich Gründe, weil es einfach doof aussieht und nicht so schick ist dann auf den Bildern. Aber es haben einfach sauviele Informationen gefehlt. Bisher gibt es eigentlich auch noch keine großen Informationen. Was wir wissen ist, dass sie am PC angeschlossen wird. Ja. So, aber... Und Inside-Out-Tracking mit vier Kameras. Ja, aber, und noch eins, man soll es zukünftig auch mit einem Smartphone betreiben können. Ja, stimmt, das haben sie dazu gehört, ja. Obwohl ich mir da schon relativ sicher bin, wie das aussehen wird. Nämlich, ich nehme an, da wird es das HTC U13 oder so geben und das ist dann das einzige Smartphone, mit dem das geht. Ich lege mich weit aus dem Fenster. Ja, ja, klar, das ist schon sehr, sehr weit spekuliert. Ja, aber wie soll es sonst sein, ne? Also, weil das Smartphone wird dann eine Vive-Port-Anbindung haben und dieses Smartphone muss ja auch einen Anschluss haben, der dafür vorbereitet ist, mit der Brille zusammenzuarbeiten. Kann man über USB-C wahrscheinlich machen, aber ich glaube nicht, dass das neue Flaggschiff von Samsung als Schnittstelle dienen wird für diese Brille. Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher denke ich mal, es wird sich auf die HTC-Geräte beschränken. Somit bleibt es eigentlich, und das sagen sie ja auch, eine Brille in erster Linie für zu Hause, aber auch für unterwegs. Ja. Aber ich glaube, dieses aber auch für unterwegs ist auch eher so gemeint, dass ich halt, guck mal, bei der Vive aktuell muss ich halt die Lighthouses mitnehmen, theoretisch bla bla bla, das macht kein Mensch. Nee. So die kann ich in eine Hand nehmen, mit Controller, so ein Paket, kann ich mitnehmen, Rucksack, weg, Freunde, aufbauen, fertig. Das ist natürlich ganz cool. Aber was mich halt so irritiert hat und weswegen ich auch erst dachte, es wäre eine autarke Brille, ist, dass ich überhaupt keinen Markt dafür sehe. Ja, 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 also ich glaube, sie soll so als Konkurrenz für die Odyssey so ein bisschen eingestuft werden, aber die Frage ist, warum? So, also die Windows Mixed Reality Brillen liefern ja genau das, was die jetzt bringen, so mit hochklappbarem Display und sowas. Wobei das für mich schon so ein bisschen Andeutung war auf PC gebunden vielleicht. Aber egal. Und dann hochklappen? Ja. Von mir aus kann auch HTC jedes Jahr 20 VA-Brillen rausbringen. Bin ich fein mit. So. Und diese ganze, das ganze Wave SDK soll jetzt auch so aufgebaut sein, dass es wirklich über alle Brillen hinweg funktioniert. Das heißt, ich entwickle für eine Brille und kann es für alle nutzen. Super. Auch geil. Aber mir wird es nicht ganz klar, weil sie haben eine gute PC-Brille. Ja. Die hat sich gut verkauft. Und jetzt kommt noch eine PC-Brille, die, lass mich kurz ausreden, vermutlich, würde ich zumindest annehmen, von den Specs her ja nicht deutlich besser ist als die aktuellen. Sprich, ich habe wahrscheinlich ein ähnliches Display von der Auflösung. Ja. Da wird nicht viel kommen. Da würde jetzt nicht auf einmal ein 8K-Display verbaut sein. Ich vermute mal, weil Sie haben ja auch gesagt, dass es mehr verbraucheradressiert sein soll, dass es ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen abgespeckt zu Vive sein wird. Und dafür, vielleicht probieren Sie den Schritt auf ein bisschen günstiger zu gehen und sparen dafür ein paar Sachen ein. Ich weiß nicht, also natürlich, ja, HTC günstiger, ja, das ist ein Klimt so ein bisschen. Das ist meine kleine Hoffnung. Ich hoffe, ich, also jetzt mal im Preissegment von der Odyssey, ich weiß nicht, ob sie teurer wird. Das ist nämlich auch ein großes Problem. Die Odyssey kriegst du ja zum Beispiel. Das Tolle an der Brille ist, dass ich sie leicht mitnehmen kann. Das können die Windows-Mixed-Reality-Brillen auch. Ja. Super easy. Super easy. Und ich habe, das ist nicht der Standardpreis, aber ich habe zum Beispiel im letzten Jahr mir eine Lenovo-Mixed-Reality-Brille für 99 Euro gekauft. Wahnsinn, oder? What? So, und aktuell sind die auch immer wieder im Angebot für 199 Euro. Jetzt alles bei allen Sachen, die man sich irgendwie vorstellen kann, 199 Euro werden sie einfach nicht schaffen. Ja. Und das wird auch nicht gehen, dass sie das irgendwo in diesem Bereich bekommen. Ja. Und dementsprechend denke ich mal, dass wir eher so bei 500, 600 Euro liegen und damit kann man einfach nicht arbeiten. Also das macht von vorne bis hinten keinen Sinn, weil einfach die anderen dann so viel günstiger sind. Ja. Und dann lasst die Qualität ruhig ein bisschen besser sein. Davon haben wir nicht viel. Nee, also es war so ein kleiner Schockmoment. Also ich habe erst mal diese News gesehen mit, ey, Cosmos. Und ich dachte, ja, okay, cool, autarke Brille, das ist sie jetzt. Was hatte ich geschrieben? Dann kommt die News so, nee, wird kabelgebunden. Ja. Und ich so, hä? Vielleicht gibt es ja auch noch eine Überraschung im Hintergrund, ne? Ja, sie haben ja noch eine Überraschung im Programm auch gleich gehabt. Nämlich, es gibt jetzt eine Neuauflage der Vive Pro. So, und damit ist nicht die Vive Pro McLaren Edition gemeint. Nein. Falls du dich erinnerst. Googelt es. Damit ist die Vive Pro Eye gemeint. Das ist quasi eine Vive Pro, die einfach noch Eye-Tracking hat. Der Vorteil darin liegt natürlich, dass man Sachen im genauen Blickpunkt höher rendern kann mit Foveated Rendering. Ja, das ist ein mitwichtiger Punkt, ne? Das ist das Einzige, was man damit eigentlich machen kann. Also meiner Meinung nach, weil Menüauswahl und so macht mit Eye-Tracking keinen Spaß. Also macht mir keinen Spaß. Nee, nee, nee. Darum geht es auch gar nicht. Weil man viel zu krass fixieren muss. Darum geht es auch gar nicht. Und man merkt das mal, wenn man so Eye-Tracking benutzt hat. Dass das Fixieren von einem Punkt dauerhaft extrem anstrengend ist. Und wenn ich dann diesen Punkt fixiere und sage jetzt, jetzt will ich nach rechts, um das auszuwählen. Das ist mega schwer. Ja. Weil das Auge springt auch immer so ein bisschen. Nee, das ist überhaupt nicht cool. Aber Foveated Rendering soll auch geil aussehen, weil man dann halt... Soll halt Performance hauptsächlich sparen, ne? Ja, nicht nur das. Du kannst ja auch in dem Blickbereich dann wirklich super Sampling auf 800-fach drehen und den Rest halt total ausblurren. Das soll ganz gut sein. Ist halt eher für Unternehmen... Es ist absolut businessbezogen. Also der Privatnutzer wird sich das, wenn er eine Wife hat, wenn er eine Wife Pro hat, niemals. Nein. Und die Wife Pro kostet, glaube ich, immer noch 1,3 ungefähr. Ja. Ich denke mal, die Wife Pro Eye kostet dann 1,5, 1,6. Ja. Von daher ist nichts für Konsumenten, ist was für Unternehmen, die damit Visualisierung vielleicht zeigen wollen und so, wo es dann auch wirklich wichtig ist, dass das richtig geil aussieht. Ja. Du kennst das ja selbst bei unseren Kunden. Es ist immer wichtig, dass die Produkte besonders schön aussehen. Super wichtig, ja. Super wichtig. Ja, das ist... Wichtiger als Interaktion. Ja, das ist... Also das war für mich so... Die ganze Wife-Präsentation war bei mir so ein bisschen... Musste ich erst mal sacken lassen. Die haben wieder groß was angekündigt, aber irgendwie war es im Endeffekt auch weniger. Ja. Also Cosmos, klar, eine neue Brille ist cool. Aber die Frage ist jetzt halt, wohin mit dieser Brille? Nein, ich bin ja auch Fan von neuen Sachen und probiere das gerne aus und alles. Auch die Odyssey Plus und so gefällt mir auch sehr gut. Und wahrscheinlich wird die auch qualitativ nicht schlecht sein. Ich glaube auch nicht, ja. Ich weiß nur nicht, ob sich HTC damit so einen richtig großen Gefallen tut, weil... Ich weiß noch nicht, für wen jetzt die Brille der Faktor sein soll, der sich dann sagt, so, oh, auf die habe ich jetzt gewartet. Damit wir noch schnell ein Thema abhaken. Oculus, Preiskart 50 Euro, glaube ich, jetzt weniger wieder. War auf lange kurze Sicht zu erwarten. Warum nicht, ja. Ich meine, sie war theoretisch für den Preis schon bei anderen Händlern, aber das verwechseln manche Leute. Und das ist der vorgegebene Preis, sprich, bei den Händlern kann es jetzt durchaus sein, dass die dann öfter sogar nochmal 50 Euro billiger ist. Also ich hoffe tatsächlich, dass irgendeine geile Aktion kommt wieder, wo irgendein krasses Oculus Bundle, Oculus Rift Bundle rauskommt, was, keine Ahnung, um die 300 kostet. Das wäre natürlich dann wieder für viele ein Grund zuzuschlagen. Weil ich glaube, so für 350, 360 hast du es schon bekommen. Obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin, ob der Preis jetzt, also ob das für den Konsumenten den Braten im Moment noch fett macht. Ja, 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 ja. Die 50 Euro hin oder her, wer wirklich Virtual Reality haben will, ich glaube, der hat jetzt nicht drauf gewartet, dass die Brille jetzt 50 Euro billiger wird. Ne, aber dass sie das in diesem Jahr machen, war ja auch offensichtlich so. Kommen Nachrücker, wer weiß, was mit einer Rift S ist oder je nachdem, was danach kommt und die Quests kommen. Und natürlich gehen sie dann mit ihrer alten Brille ein bisschen runter. Ja, also für mich auf jeden Fall, um nochmal jetzt so vielleicht zum Ende so einen Ausblick für dieses Jahr zu geben, ist ja unsere erste Folge. Auch in diesem Jahr, letzte Woche kam nur eine Wiederholung auf Rocket Beans TV und auf unserem YouTube-Channel. Hier kam gar nichts. Flaute. Flaute. What to do. Ja, deswegen, dieses Jahr bin ich auf jeden Fall gespannt auf die Oculus Quest. Das wird ein Ding, da habe ich richtig Bock drauf. Yve Cosmos werde ich mir anschauen, ist aber wahrscheinlich nicht das Highlight des Jahres. Yve Pro Eye. Die werden wir haben am Ende hier und ausprobieren, aber gut, braucht keiner. Ja, und Yve Focus plus Controller ist halt das Problem. Die Yve Focus ist keine schlechte Brille, aber sie wird halt wahrscheinlich im Vergleich zu Oculus Quest zu teuer, weil die Brille kostet aktuell 500 Euro, dann die Controller nochmal 200 am Ende, dann ist es bei 700 Euro und dann kommt die Rift mit 400 Euro. Also das können die halt nur machen, weil die Facebook im Rücken haben und HTC wird diesen Preis einfach nicht mitgehen können. Das glaube ich auch nicht. Ist halt so. Also es wird auf jeden Fall ein großes Ding. Also dieses Jahr wird... Ich glaube, es wird das Jahr der Quest. Ja. Das denke ich auch. Wenn die das Ding dann mit Beats selber rausbringen, so, dann wird das nicht verkaufen wie sonst was. Ja, und die ganzen Spiele, die portiert werden, so super hot. Die ganzen Klassiker kommen halt einfach drauf und das ist super wichtig für die Quest. Ja, und diese Sachen funktionieren auch, glaube ich, daran ganz gut. Ich meine, wir vergleichen das ja immer so ein bisschen mit der Switch, ne? Also dieses autarke Ding und die Switch ist ja auch mit einer der erfolgreichsten Konsolen, obwohl sie natürlich weniger Leistung als eine Xbox oder eine Playstation hat. Ja, und wenn es so läuft, also wenn die Quest bei mir so gut ankommt wie die Switch, dann wird es auch so sein, dass ich mir echt viele Spiele kaufe, die ich da nie spiele. So muss es laufen, so muss es laufen. Kauft alle Spiele der Welt. Und dann spielt sie nicht. Ne, aber ihr habt sie. Ja, ja. Geht mir dann leider echt oft so, dass ich denke, ey, für unterwegs voll geil und dann bin ich nicht unterwegs. Dann bist du nie unterwegs. Ja, mach mal was, unternehme mal was. Ja, aber mit der Quest wird es ja noch schwieriger. Die machst du ja natürlich nicht unbedingt in der Bahn. Ja, nee, 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 das glaube ich auch nicht. Nee, nee, nee. Beat Saber in der Bahn. Ja, falls ihr nicht wisst, von was wir überhaupt reden, Beat Saber, pipapo, dann schaut doch mal in den Archiven von Rocket Beans. Da gibt es eine coole Folge von Kogi zu Beat Saber. Und wir hatten auch letztens eines zum VIHQ, wo wir gerade sitzen, gedreht. Ja. Beides tolle Folgen. Die war jetzt noch nicht online, wird aber auch demnächst als VOD online sein. Vielleicht, wenn ihr diese Sendung seht, ist es schon online. Deswegen, ich denke, das reicht für diese Woche. Ja, ich denke auch. Wir wissen jetzt, was uns dieses Jahr erwartet. Wir wissen, was die CES gebracht hat. Ich denke mal, damit kann man sich erstmal entspannt zurücklehnen und einfach das Ja auf sich zukommen lassen. Der Meinung bin ich auch. Ja. Dann haut rein. Bis nächste Woche. Wir sind Chris und Patrick. Ciao. 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 Vielen Dank.